Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner FIFA 20er-Jahre mit Eintracht Frankfurt. Weiter geht's in der Bundesliga zu Hause. Heute gegen Hoffenheim, die überraschenderweise den besten Torschützen erstellen. Mit Gabriel Jesus, 21 Mal schon getroffen, dann Lewandowski, dann Tuchel Kambi, Dieny, Müller und Hazard. Und hast du nicht gesehen. Ja, es läuft momentan wieder ganz gut. Wir haben zwar gegen Faberg nur 1-1 gespielt, aber wir sind trotzdem ganz gut drin. Wir stehen oben an Väterposition. Wolfsburg hat uns jetzt überholt, nachdem wir nur 1-1 gespielt haben in Freiburg. Wie gesagt, darf heute diese Mannschaft ran. Mit der B11. Vielleicht tue ich Moro raus. Der hat im letzten Spiel gespielt. Haben wir da vielleicht nicht noch einen anderen? Vielleicht mal Kutuan oder Gacinovic. Wir machen mal Gacinovic reinkommen. Der hat auch mal wieder einen Einsatz verdient. Und dann bringen wir hier, ja, würde ich sagen, trotzdem Hinteräcker rein. Damit alle fit sind soweit. Jawohl. Und dann schauen wir mal. Und hoffen, dass es gegen Hoffenheim besser läuft, dass wir drei Punkte einfahren, oben uns festsitzen. Und dann geht es ja schon ins entscheidende Rückspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Manu. Bei dem wir eigentlich gut zu machen haben. Hier Gacinovic, also erfolgreichster Torschütze. Den müssen wir heute irgendwie in den Griff kriegen. Aber auch die Hoffenheimer müssen unseren besten Schützen in den Griff kriegen. Tuchel Kambi. Schauen wir mal. Also verspricht wieder ein spannendes Spiel zu werden. Beide Mannschaften wollen nach vorne spielen. Das machen wir. Stellen auf Offensiv. Und es geht los. Ja, Hoffenheim mit ihrer berühmten 5-3-2-Formation. Fünferkette bei Gegnerangriff. Dreierkette bei eigenem Angriff. Das ist ja sehr schwer zu bespielen. Im Hinspiel haben wir durch eine Umstellung dann 2-0, glaube ich, gewonnen. Oder 2-1. Ich glaube, 2-1 haben wir da gewonnen. Haben dann auf 4-3-2-1 umgestellt. Haben dann die Mitte so ein bisschen entzogen. Oder auseinandergezogen. Hatten dann dort Platz. Schauen wir mal, ob heute das mit dieser Aufstellung funktioniert. Einmal mit Touré mit einem ersten Warnschuss. Aber der geht 10 Meter drüber. Ja, und auch so ist es eine ausgeglichene Saison. Wir haben ja im letzten Part auch mal auf die Tabelle geguckt. Alles sehr eng beieinander. Da kann wirklich jeder jeden schlagen. Vorne die Bayern und Dortmund sind 3 Punkte auseinander. Das wird auch noch ein heißer Ritt. Die letzten 10 Spiele. Da kommt es dann noch wahrscheinlich aufs direkte Duell an, wenn die dann gegeneinander spielen. Und wir, ihr seht es, 4. Platz. Vorsprung vor Schalke, die schon gespielt haben. Wolfsburg muss noch spielen. Die sind momentan 1 Punkt vor uns. Aber 4. Platz reicht ja auch zur Champions League. Und das ist ja unser angepeiltes Ziel. Also Meisterschaft auf gar keinen Fall mehr. Da sind wir raus. Aber zumindestens 3. Das wäre doch eine schöne Platzierung am Ende. Ja, die Hoffenhaber, die machen uns das Leben schwer. Die stehen hinten, wie ich schon angekündigt habe, sehr dicht. Sehr sicher. Und nach vorne hin haben sie halt ihre gefährliche 3-5-2-Formation dann. Die Gott sei Dank noch nicht so gut funktioniert. Aber muss ja auch erst nicht sein. Ich muss das ja auch nicht wieder stark reden. Deswegen hoffen wir einfach mal. Und Gacinovic hat jetzt mal Platz. Der ist schnell. Den Adamian. Hübner kommt auch nicht hinterher. Wenn er hinten Gips White sieht, dann haben wir eine große Chance. Aber dann muss Gips White auch den Ball so gut mitnehmen. Schade. Das war eine große Chance von jetzt hier Hoffenheimer. Lieber Jesus. Oh, ich will eigentlich Willems da ausgewählt haben. Den kriege ich aber nicht. Jesus mit der Flanke. Da hinten ist Geiger und hinterher erklärt. Schade. Wenn ich nicht die Leute bekomme, die ich gerne hätte. Na gut. Also Ecke. Griffo. Kann gute Ecken schießen. Da ist Ginter mit dem Kopf, aber weit vorbei. Also kleine Annäherung auch von Hoffenheim. Ihr seht, das wird auch wieder ein sehr ausgeglichenes Spiel. Das ist eine Partie, wo wir sehr ruhig und sehr abwartend spielen müssen. Wo wir auch nicht viele Chancen kriegen werden. Vielleicht, wenn wir wieder die Formation umstellen. Aber das schaue ich dann zu gegebenen Zeitpunkt. Zur Zeit funktioniert es ja auch mit dem 4-2-3-1 ganz gut. Wir müssen einfach schneller spielen. Ah, dann natürlich auch genau in die Füße. Aber den kriegt er Bogo. Bekomme ich hoffentlich Gips White ausgewählt. Genau. Ja, und dann müssen wir halt hin und her spielen. Verschieben. Schneller spielen. Da kommt Matuko Ikambi entgegen. Aber sofort steht uns da einer auf den Füßen. Das ist echt schwer. Und vorne lauern halt zwei Hoffenheimer. Die bleiben auch stur stehen. Die arbeiten auch nicht weiter mit nach hinten. Die stehen vorn rum. Und warten dann auf Ballgewinne. Aber wenn wir so spielen, schade. Dann haben wir die Hoffenheimer eigentlich gar keine Chance. Aber das müssen wir auch machen. Wir müssen auch mal schneller spielen. Auch mal was riskieren. Momentan sieht das von uns eigentlich ganz gut aus. Bis auf den Fehlpass jetzt von Fallet. Der war ein bisschen zu übermütig gespielt. Aber er holt ihn sich wieder. Und von daher. Ja, bislang noch viele Fehler. Auch in unserem eigenen Spiel. Viele Fehlpässe. Das ist momentan noch nicht so unser Ding. Schauen wir mal. Da müssen wir uns jetzt halt irgendwie reinfighten ins Spiel. Über Zweikämpfe. Schnell hinten rausspielen. Und dann kriegen wir schon unsere Chancen. Vielleicht ja jetzt mal Dabogo. Überzahl. Wenn er durchläuft. Dann kriegt er den super. Schön von Willems durchgespielt. Und jetzt Dabogo. Er kommt ein bisschen zu weit nach außen. Und dann misslingt die Flanke. Schade. Wenn er den ersten Kontakt besser hinkriegt. Dann hat er eine Chance durch seine Schnelligkeit aufs Tor zu ziehen. Aber gut. Klappt auch nicht immer. Ist noch ein junger Mann. Wie gesagt. Der wird noch. Der wird noch stärker. Und der wird auch später die Zukunft sein. Wie viele andere auch. Wie Moreau. Maillet. Dragovski im Tor. Der letztes Spiel sein Debüt gegeben hat. Gleich mal ein Gegentor gekriegt hat. Aber gut. Ist wie es ist. Kann man nichts ändern. So. Auch hier natürlich wieder Variabels spielen. Nicht nur über die eine Seite. Sondern auch über die andere Seite. Über unsere schnellen Leute. Gibt es weit. Kann er zurücklegen. Jawohl. Aber Tukilkambi. Ist leider ein Schritt zu langsam. Ja. Sieht alles sehr gefährlich aus von uns. Gefällt mir jetzt besser als in der Anfangsphase. Von Hoffenheim bislang. Bis auf den einen Kopfball da von Genta. Auch recht wenig zu sehen. Aber das muss ja nichts heißen. Wir brauchen auch nur eine Chance. Und ein Gabriel Jesus. Der vorne. Ja. In der Saison trifft wie er will. Jesus. Aber hinter Egger ist dazwischen. Sehr schön. Sehr wachsam. So. Wenn wir jetzt schnell spielen. Vielleicht. Jetzt der passt durch auf Ikambi. Auf Toko Ikambi. Aber der ist eben abseits. Schade. Aber das müssen wir machen. Schnell spielen. Auch mal Hacke. Spitze 1, 2, 3. Und dann war es. Ja. Ja. War abseits. Guten Meter. Und dann ist halt jetzt die Frage. Stell dich wieder auf 4, 3, 2, 1 um. Was hatte ich denn damals? Ich glaube 4, 3, 2, 1 hatte ich. Vorne. Die drei sind dann vorne geblieben. Haben die Verteidigung auseinandergezogen. Und somit hatten wir dann Platz. Aber wir haben jetzt nochmal Platz. Über da Bogo. Ja. Schade. Ist halt kein Philipp Kostic. Der das pro Spiel ungefähr 10 mal macht. Schade. Der verzieht aber ganz schön. Ich glaube ich werde das machen. Ich stelle zur Pause wieder auf 4, 3, 2, 1 um. 4, 3, 2, 1. Ja. 4, 3, 2, 1 war das. Mit den beiden Flügeln vorne. Die das dann breit machen. Und dann schauen wir mal. Ob diese Aufstellung genau das bringt was ich möchte. Jetzt hat erstmal Gacinovic nochmal die Chance. Schade. Es ging ziemlich leicht. Ich war sehr überrascht. Ich habe eigentlich auf den Hoffenheimer Gegenspieler gewartet. Aber gut. Dem war nicht so. 0, 0 zur Pause. Ein sehr ausgeglichenes Spiel. Und jetzt schauen wir mal ob mit der Formationsumstellung vielleicht dann auch die Tore kommen. Wolfsburg unentschieden gegen Gladbach. Das ist halt auch wieder so ein Ding. Wenn die Wolfsburger heute gerade Punkte liegen lassen, dann müssten wir eigentlich auch gewinnen. So. Wo haben wir es denn? 4, 3, 2, 2, 2. Wo ist es denn? 4, 3, 3. Nee. Hier. 4, 3, 2, 1. Das hatten wir. Genau. Gacinovic hier. Toro. Nee. Dann würde ich eher so machen. Dann bleiben die wieder vorne. Genau. So. Vorne bleiben. Vorne bleiben. Genau. Was haben wir hier nochmal? Langer Ball. Wir machen einfach mal schneller Aufbau. Nee. Das ist zu riskant. Bei schneller Aufbau bin ich hier doch ein bisschen anfällig für Konter. Aber egal. Wir riskieren es. Machen das schön breit. Stehen vielleicht dafür nicht ganz so hoch. Aber ausprobieren. Ich weiß nicht. Im Karrieremodus schlägt das manchmal nicht so an wie in Ultimate Team. Aber gut. Einfach probieren. Versuchen. Und wenn ich sehe. Okay. Es klappt nicht. Dann stelle ich wieder zurück. Oder lasse mir was anderes einfallen. Aber jetzt erstmal das 4, 3, 2, 1. Was uns im Hinspiel dann direkt zwei schnelle Tore beschert hat. Deswegen bin ich eigentlich sehr optimistisch. Dass das auch hier funktioniert. Schauen wir mal. Willems. Dabogo. Toko Ikambi. Ja. Das war schlecht. Schlechter Ball. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie es ist. Wenn wir halt in der Rückwärtsbewegung sind. In vorne die drei bleiben stehen. Binden somit also die drei Verteidiger von Hoffenheim. Somit haben die wenig Chancen mit nach vorne zu kommen. Das stelle ich mir halt vor. Oder so ist halt der Plan. Aber der Plan geht halt auch nicht immer in Erfüllung. Jetzt Madabo gegen Zuma. Oh. Die Flanke kommt zu weit. Oder kriegt den Gips White. Ja. Den kriegt er noch. Aber. Auf Kosten eines Abschlusses. Schade. Okay. Also. Wir müssen dem Ganzen nochmal Zeit geben. Ist klar, dass das noch nicht so fruchten kann in den ersten fünf Minuten. Aber vielleicht, wenn wir jetzt nochmal zehn Minuten so spielen. Ganz in Ruhe. Bibu kommt für Griffo. Nochmal ein schneller Mann. Zuma auch von Chelsea. Ward Prowse. Auch aus der Champions League. Also die Aufnahme haben schon einige gute Spieler geholt. Stafelidis dann auf der anderen Seite. Ronny Gar. Ja. Wir müssen jetzt natürlich mehr laufen. Ich versuche natürlich die Mitte wieder ein bisschen breiter zu machen. Und auseinander zu ziehen. Und durch Ballgewinne dann schnell umzuschalten. Habe ich auch so eingestellt. Jetzt sind da die Hoffenheimer. Über Bebu. Hinteregger geklärt. Und über die Außen. Wenn da Bogo sich mal auf den Weg machen würde. Ah, schade gegen Karl Rabeck. Das bekommt er leider nicht hin, oder? Nein. Schade. Wunschdenken. Aber Hoffenheimer haben sich gefangen. Ich glaube, die Formationsumstellung hat diesmal nicht so viel gebracht. Also gefühlt. Das kommt er den Hoffenheimer entgegen. Adamian. Falet ist da. Wir stehen trotzdem defensiv immer noch richtig gut. Aber da vorn hin ist das halt ein bisschen wenig. Jetzt vielleicht. Jetzt haben wir einmal die Abwehr auseinandergezogen. Gacinovic. Keeper kommt. Und der geht an die Latte. Scheiße. Das wäre es natürlich gewesen, ey. Baumann kommt raus. Gacinovic mit dem Lupfer. Und dann wollte er es halt zu genau machen. Der senkt sich leider nicht schnell genug. Jetzt hätte er sich schon längst im Singflug befinden müssen. Dann klatscht er noch auf die Latte. Okay. Aber da haben wir es mal gesehen, wie es funktionieren könnte. Schneller Aufbau. Gacinovic macht es breit. Hat dann die Chance. Und Baumann hätte eigentlich noch mal ein bisschen rauskommen können. Schade. Okay. Jetzt mal Amazon. Und Rhesus gegen Hinteregger. Oh, den zieht er gut raus. Und Hinteregger holt den Freistoß. Beziehungsweise zieht den Freistoß. Für die Hoffenheimer. So, und der kommt auch durch Rhesus persönlich. Langer Pfosten. Bebu. Und da ist Ronniger. Und Renault. Mit einer ersten Parade hat er gut gemacht. Da können wir mal schnell umschalten. Müssen wir oben hin auf Touré, wenn er ankommt. Ja, schöner Abstoß. Und jetzt stehen wir mit 1, 2, 3, 4, 5 Mann. Standen wir gerade auf einer Linie. Wir müssen es jetzt breit machen. Wir müssen uns bewegen. Da Bogo muss unten durch. Oder unten auf Willems. Schade. Der war ein bisschen zu kurz. Aber Lücken sind da. Und der Platz zum Kombinieren für uns. Toro macht das super. Gewinnt viele Zweikämpfe heute. Verteilt die Bälle ganz gut. Und wenn wir das ganz in Ruhe spielen. Ihr seht, wir haben sehr viel Platz im Mittelfeld. Und jetzt ein hoher Ball und eine gute Direktabnahme. Direktabnahme von Dabogo. Schade. Nächste große Chance durch den jungen Mann. Der verzieht leider. Kriegt den nicht ganz mit dem Vollspann erwischt. Schade. Das ist halt auch ein Unterschied zu Kostic. Aber hören wir auf mit den ganzen Vergleichen. Der ist noch nicht so weit. Gibt den Mann noch so eine ganze Saison oder anderthalb Saisons. Dann macht er den vielleicht auch rein direkt. Aber das sind halt Chancen, die müssen wir nutzen. Gerade in so einem Spiel, wo wir nicht viele Chancen kriegen. Wo wir eigentlich auch die bessere Mannschaft wieder sind. Da müssen wir eigentlich zuschlagen. Bebu hat jetzt Platz. Oh, allein im Strafformer Damian. Ja, Silber für Togelkambi. Na, probieren wir mal. Komm. War heute auch nicht sein bestes Spiel. Aber gut, er kann auch nicht immer liefern. Dafür hat er in anderen Spielen viele wichtige Tore geschossen. Und vielleicht ist er nochmal so ein anderer Spielertyp. Ein bisschen verwirrend für die Abwehr. Vielleicht bringt er jetzt mal die entscheidenden Impulse. Garcino wird schön gemacht. Und jetzt gibt es zu weit aus Spitzenwinkel. Ja. Einfach mal probieren. Hätte noch abprallen lassen können. Und dann wäre Silber da gewesen. Aber okay. Wir haben die Chancen. Und das ist halt das Wichtigste und das Gute dran. Aber es ist schlecht, dass wir sie nicht machen. Ward Prowse. Stellen wir wie Boons abseits. Aber er hat trotzdem noch den Ball. Jetzt sind hier irgendwie vertauschte Rollen. Willems war nicht auf seiner Position. Dafür ist jetzt Platz da. Verletz. Und geklärt. Und das gar nicht schlecht. Ah, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war auch zu schnell. Muss mir Zeit lassen für die Angriffe. Sieben Minuten noch. Offenheimer kommen wie bei Emerson. Aber der Schiri lässt weiterlaufen. War offensichtlich kein Foul. Und jetzt Platz. Für Gibbs weit. Und außen für Garcinovic. Er braucht ein bisschen. Aber jetzt zieht er vorbei. Schade. Am 16. war Gibbs weit gewesen. Den hatte ich gesehen. Schade. Okay, komm. Vier Minuten nochmal. Das letzte Aufbäumen. Vielleicht gelingt uns jetzt nochmal ein Lucky Punch in diesem Spiel. Ein sehr glücklicher. Aber das wäre dann auch egal. Mal Silver in der Mitte. Da kommt er angelaufen. Silver. Und es gibt Abstoß. Ja, schade. Okay, also ich denke mal das so ein typisches 0-0. Wir haben zwar Chancen. Auch zwingende. Die machen wir halt nicht. Hinten müssen wir auch zusehen, dass wir da jetzt nicht noch verlieren. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Chance. In diesem Spiel weiß man nie. Wenn der Gegner eine Unachtsamkeit hat. So wie hier zum Beispiel. Wenn wir nochmal einmal in Ruhe aufbauen. Dann ist vielleicht nochmal ein Sieg drin. Auf geht's. Aufbau über links. So, oben hat sich Gips White mal freigemacht. Silver ist da. Vielleicht zieht er nochmal einen Freistoß. Aber wir haben dafür leider gar keinen guten, ne? Oder von Weiten. Toro. Gut. Viel geplänkelt um nix. Ich denke mal, nach 93 Minuten wird hier mit einem 0-0 abgefiffen. Und dann geht das auch unter dem Strich in Ordnung. Da muss man auch damit mal zufrieden sein. Obwohl wieder viel mehr drin war. Ja, ist schade. Aber gut. Ist manchmal so. 0-0. Damit bleiben wir vor Schalke. Das ist wichtig. Wir kommen aber leider an Wolfsburg nicht vorbei. An Dortmund und Bayern eh nicht ran. Gut. Ist halt so, wie es ist. Ich finde trotzdem, die Jungs haben das ganz gut gemacht. Hier der Bogo verzieht. Und dann natürlich die größte Chance vielleicht, wo er den direkt vorbeihaut am Tor. Auch wieder nur ein Schuss aufs Tor. Acht Schüsse. Aber wenn halt nur einer platziert aufs Tor geht, kannst du halt nix machen. So. Wolfsburg spielt auch nur unentschieden. Deswegen ist das halt doppelt bitter, dass wir da nicht gewonnen haben. Die mangelnde Spielzeit schadet mir. Ach, schadet meiner Karriere. Ich möchte da wechseln und einen Neuanfang wagen. Bitte erteilen Sie mir die Freigabe, damit ich endlich mehr spielen kann. Ja, okay. Wir sehen, bei Gacinovic, der ist mega frustriert. Ich dachte eigentlich, dass er sehr zufrieden wäre. Aber anscheinend sieht es doch in ihm so ein bisschen anders aus. Vielleicht ist es ja unvermeidbar. Lernen aus deinen Erfahrungen. Es war unvermeidbar. Boah, das passt eigentlich nicht. Warte mal. Schade, dass es so weit kommen musste. Aber es war wohl unvermeidbar. Ein Neuanfang ist vermutlich das Beste für deine Karriere. Heißt das jetzt also, dass wir ihn auf den Transfermarkt setzen müssen? Ja, dass er uns dann verlässt im Sommer. Aber es ist schade eigentlich. Schade, schade. Weil ich finde, Gacinovic, wenn er sich reinhaut, wenn er wirklich Gas gibt, dann ist er ein guter. Hat halt auch in der Hinrunde wie viele andere sehr unglücklich gespielt. Aber zum Beispiel beim Auftakt gegen Hoffenheim, jetzt in Real Life, hat er richtig gut gespielt. Hat sich reingehauen. Klar, ab und an mal einen Ballverlust gehabt. Aber die Vorlage gegeben auf Dost. Und auch so in der zweiten Halbzeit bis zu seiner Auswechslung gute Bälle gespielt. Eins, zwei Leute auf sich gezogen. Und mit seiner Schnelligkeit natürlich, ne, hat er einiges Wett gemacht. So, natürlich spielen wir jetzt wieder mit der H-Elf, ne. Da braucht sich hinterher gar nicht beschweren. Wir wollen das Unmögliche schaffen. Wir wollen mit dieser Truppe ins Viertelfinale, egal wie. Wir müssen zwei Tore aufholen. Gucken wir gerade nochmal. Genau, wir haben 3-1 verloren. Wir müssen zwei Tore machen. Mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Und dann sind wir im Viertelfinale. Also, ist noch alles drin. Seid dabei im nächsten Part. Ich freue mich auf euch. Und ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.